Du warst gerade mal 10 Jahre alt. Und wie süß du warst, das können wir jetzt sehen. Vor 30 Jahren, Samstagabend, 10. August. Ach, schön. Ja, da war ich noch ein bisschen so... Du warst echt süß. Danke, bin ich das heute nicht mehr? Doch. Doch, schon noch. Fast wie Schokolade. Ich war damals noch ein bisschen kompakter. Und man konnte sehen, so mit den Haaren, also diese Fokuhila-Frisur, ich hätte auch Fußballer werden können. Ja, ich weiß, nicht nur wegen der Frisur, auch deine Interviewanfragen waren Fußballspieler-Reif. Karl Moik hat dich versucht zu interviewen und Antworten von dir zu bekommen, aber es war eigentlich fast unmöglich. Da kam nicht viel raus und das dürfen wir jetzt auch noch sehen. Herr Silber-Eisen, noch nicht zu sagen zu dir. Das ist schon mal was, ne? Sag einmal, normal ist es ja so, dass man so ein Instrument von der Mama oder dem Papa oder der Oma geschenkriegt. Bei dir war das ein bisschen anders, ne? Ja, ich hab mir das selber gekauft. Ja, du das selber gekauft, ne? Wo haben wir denn das Geld her? Vom Sporn. Vom Sporn. Vom Spülen, vom Spielen heißt das, ja. Ich hab mich damals einfach auf das Wesentliche konzentriert. Ja. Nur kurze, begnannte Antworten. Das ist heute auch noch ein bisschen, immer noch ein Video. Immer noch, ja, absolut. Ich hab noch eine wesentliche Frage. Wer waren eigentlich die Musiker, mit denen du da gespielt hast? Mit denen, die ich gespielt habe, das waren Musiklehrer. Also das war der Christian Vordermeyer, am Akkordeon damals, mein Musiklehrer. Der hat mir das Harmonikaspielen beigebracht. Und sein Kollege, der Gottfried Wölfe, der war an der Tuba. Ja. Und das waren die lustigen Almbudler. Und ich war dann als kleiner Knirps immer mit dabei, bei den lustigen Almbudlern. Und weißt du, was sie heute machen? Ja, die sind beide nach wie vor, also geben Unterricht, sind an der Musikschule tätig und, ja, geben Unterricht. Ich weiß, was sie wirklich heute machen. Sie wollen nämlich dir heute ganz persönlich gratulieren, sich überraschen. Hier sind die lustigen Almbudler. Ach Mensch, nein. Guck mal. Das gibt's nicht. Oder? Ist es eine Überraschung? Ach Mensch. Meine Musiklehrer Christian Vordermeyer und Godspeed Wölfe. Die lustigen Almbudler. Ja, ich habe dir was mitgebracht, Florian. Ja, ich bin sehr froh. Ich freu' euch nicht. Meine Musiklehrer, die haben wieder ein Spielball gebraucht. Ich habe dir mein Instrument mit meiner. Ach schön, dass ihr da seid. Warst du eine schöne Überraschung? Ach, herrlich. Das ist gelohnt. Die haben sich kaum verändert. Gottfried, heute bist du kompakter. Immer schöner. Früher war ich, ja. Früher war ich, ja. Du bist größer geworden. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Habt ihr das mitgebracht? Sollen wir gemeinsam? Richtig. Weißt du, was jetzt kommt? Ich tippe mal, ja? Ein Lied kommt jetzt. Sollen wir gemeinsam einander spielen? Das ist das Lied, was wir uns gespielt haben. Die lustige Harmonikapolka. Weißt du das? Ja, klar. Also, Florian, ich habe gehört, du hast so ein grandioses Musik gehört. Wenn du einmal einen Song gehört hast, kannst du ihn. Also, du bist ein Genie. Ist das so? Musst du Musiklehrer fragen. Christian, sagst du was, dein Handharmonikal-Era. Er ist ein Genie, ne? Einmal das Lied gehört, er kann es spielen. Jaja, ein fotografisches Gehörkopf, gell? Wow. Also, er war eigentlich besser als ein Musiklehrer. Nein, nein, nein. Also, ein fotografisches Gehör, das Herr Ogan. Aber er muss ja vor allem, bitte, das herstellen. Ihr habt die richtige Tonart dabei, wahrscheinlich. So werden Sie das in die Mitte stehen. Wir wollen dich in der Mitte. In der Mitte, okay, warte mal. Ich frage euch jetzt. Wir kommen in der dritten Reihe an. Einleitung, Teil 2, mal 3, oben Schluss. Erster Teil, Formel und dann das Trio. Also, F und dann B. Ich muss Ihnen sagen, für alle zu Hause. Es ist drei, noch nicht, okay. In der dritten Reihe fangen wir noch. Ja, ja. Kann man die Harmonika noch ein bisschen lauter machen? Es ist 30 Jahre her, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die zusammen gespielt haben. Und heute, ganz spontan, gibt es eine Jubiläumszugabe für uns. Und weil Florian so begabt ist, kriegt er das ohne Noten und gar nicht hin. Und wir erleben jetzt diese Jubiläumspremiere. Ja, seid ihr bereit? Wir freuen uns auf euch. Ich überlege noch ganz kurz. Aber ich hab's, ich hab's. Dann müssen wir alle mitmachen. Ja. Alle mit. Die Hände nach oben. Und wir geben den Trhythmus vor, okay? Die lustige Harmonika, Volker, wie früher. Okay. Eins, zwei, drei. Und wir geben den Trhythmus vor, okay? Und wir geben den Trhythmus vor, okay? Die lustigen Aldudler featuring Florian Siehweißle. Ich war verrückt, wie lustige Allgutler, wie vor 30 Jahren. Ach, ist das schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr extra hierher gekommen seid, um mit uns diesen Geburtstag und dieses Jubiläum zu feiern. Dein Geburtstag und sein Jubiläum konnten wir nur so feiern. Ich bin überrascht, dass du das noch so warst, das ist schon so lange her, vor 30 Jahren. Dieses Stück vergiss ich nie. Also die lustige Harmonika-Polka, mit der hat alles angefangen, das kann man nicht vergessen. Da bin ich froh. Das krieg ich immerhin. Und 3,5 auch noch. Und in dieser Sendung, wo du warst, haben auch noch andere junge Talente angefangen. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, du meinst die Anita und die Alexandra, ne? Richtig. Weil die waren ja damals auch am Anfang in der Karriere und heute gibt es uns immer noch. Ja, es gibt euch immer noch. Nein, denn ich habe schon gemíst. Ich glaube, du warst.